Die Fischer Unternehmensgruppe ist als Hersteller von Befestigungssystemen, den Konstruktionsbaukästen von Fischertechnik und Automotive Systems weltweit führend. Das traditionsreiche Familienunternehmen hat seinen Sitz im Nordschwarzwald in Waldachtal. Hier ist auch der jüngste Unternehmensbereich zu Hause, die Fischer Consulting. Als international tätige Unternehmensberatung bietet Fischer Consulting eine durchgängige Prozessberatung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Damit können Kunden und Partner wie das private Traditionsweingut Marker von Baden in Salem von unserem Know-how bei der Verbesserung innerbetrieblicher Prozesse profitieren. Institutionen, Unternehmen und Behörden Fischer Consulting trainiert Kunden in der Lean Academy in den Methoden und Prinzipien des Fischer Prozesssystems. Fischer Consulting unterstützt darüber hinaus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fischer Unternehmensgruppe beim kontinuierlichen Optimieren und Verbessern aller Arbeitsschritte. Tag für Tag. Das ist unser Selbstverständnis. Auch Mercedes AMG vertraut Fischer Consulting bei der Optimierung interner Produktionsabläufe, wie die Fertigung der Hochleistungsmotoren eindrucksvoll zeigt. Durch konsequente Umsetzung der japanischen Kaizen-Philosophie verkürzen wir mit dem Fischer Prozesssystem seit Jahrzehnten signifikant Durchlaufzeiten, gestalten Abläufe effizient und verschwendungsfrei und steigern durch den ganzheitlichen Ansatz nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit. Fischer Consulting entwirft individuelle, kundenorientierte Lösungen, ist mit den Auftraggebern vor Ort im Dialog und bringt sich fundiert bereits in der Konzeptphase ein, wie hier bei der Planung dieser zukunftsweisenden, modularen und recycelbaren Aktivhäuser. Auch der dreifache Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten Michael Jung vertraut auf das Fischer Prozesssystem, optimiert gemeinsam mit dem Fischer Consulting Team die Abläufe im eigenen Reitstall, um auch künftig auf internationalen Siegerpodesten ganz oben zu stehen.